Mein Name ist André, André Moussa. Ich bin 28 Jahre alt und mache Geschäfte in Paris. Okay, lass ihn los. Nein, Frau, bitte! Nicht loslassen, bitte! Ich bin am Ende. Ich, ich hab mir eine Menge Geld geliehen und hab mich dabei ein bisschen verkalkuliert. Und wieso kommst du dann zu mir? Wie wär's, wenn sie mich zwei, drei Tage in den Knast stecken, bis ich ein bisschen klarer sehe? Ist das hier versteckte Kamera oder was? Verdammte Arschlöcher! Aber immer, wenn man eine Lösung gefunden hat, fangen die Probleme erst richtig an. Was machen Sie denn da? Dasselbe wie Sie? Nein, was? Sie, nein! Muss das ausgerechnet diese Brücke sein? Die war doch schon besetzt! Wir hatten wohl dieselbe Idee. Witzig, oder? Wahnsinnig witzig. Ich sterbe, ich sterbe vor Lachen. Und was machen Sie jetzt? Ich muss ein paar Probleme lösen. Kann ich dir dabei helfen? Die Frau da, die große Blonde, die sagt, ich soll dir das geben. Damit kannst du deine Schulden zurückzahlen. Aber ich hab noch viel mehr Schulden. Dann machen wir eben noch mehr Kohle. Dann machen wir eben noch mehr Kohle. Was machst du da drin? Was hast du vor? Ich will nicht, dass du das für mich machst, verstanden? Kannst du uns nicht mal fünf Minuten allein lassen, verdammt! Hör endlich damit auf! Okay. Ich bin hier bekannt wie ein Butterhund. Okay. Du lügst ständig, alle belügst du und am meisten dich selbst. Wer bist du überhaupt denn? Wieso mischst du dich eigentlich in mein Leben ein? Dein Problem ist, dass du ständig nur ans Weglaufen denkst. Ich hab's satt, Angela. Ich hab's satt, immer nur zu lügen. Zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich ich selbst sein. Angela, ich habe so viele Fragen. Ich hab's satt, ich hab's satt, ich hab's satt, ich hab's satt. Ich hab's satt, ich hab's satt, ich hab's satt. Ich hab's satt, ich hab's satt, ich hab's satt. forever has veiden mir gewesen. Ich hab's satt, ich ab Comics Midwestern spreads!